Neben mir über den Lächer von Freiburg Herr Budig, ehemaliger Volks- und Reifeisen-Bankvorstand. Und Sie haben mir ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht. Was ist das? Das ist eine CD mit dem Titel Die Welt zuerst. Ich wollte einfach zu ihrer Aktion zum Reifelnjahr 2018 was Besonderes noch anbieten. Hat auch ganz besondere Bewertung in der Hoffnung, dass man auch eine Spendaktion draus machen kann. Die Welt zuerst, The World First. Sie haben schon eine emotionale Beziehung zu Reifeisen. Das kann man sagen. Mit 17 Jahren bin ich als Azubi, wie man heute sagen würde, Lehrling gewesen bei der Volksbank in Schramberg, im Schwarzwald. Und habe die ganze Karriere leider bis zum Vorstandsvorsitzende geschafft und bin vor 10 Jahren in Pension gegangen. Das ist also eingesungen, professionell komponiert und eingesungen. Der Text, ganz bescheiden, stammt von mir. Komponiert von einem Profi, Kirchenmusikdirektor aus Schramberg. Und die Band, alles Profis aus unserer Region. Ja, und kurz mal da rein.